Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Runde The Culling gemeinsam mit dem Midnight. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, wir sind wieder in Prison unterwegs. Die Map gibt es leider nicht mehr. Ich zu, wir kommen nur Prison. Die Map leider ziemlich bescheuert. Ja, dekorativ sehe ich jetzt nicht. Und spielerisch schnell finde ich die andere auch besser einfach. hallo mein animierter freund der ein dick dieb hat doch kommen das war jetzt gemein dann laufe ich halt weg ordentlich nicht genutzt hier bleibt mal schön im gras wichtig genutzt habe er ist am gas gestorben gut ich hätte eine bandage für dich alles klar ich bin auf dem weg hier ist noch einer aber der will nichts habe ich ihn genutzt habe ich ihn genutzt beide keine auszauber ich mache es gas an er wird kommt einer hinter mir und die bandage nicht hinter mir er wird seine waffe die schnapp ich ihm und dann halte ich in den gas hinterm gas noch eine ich noch ganz grüne die grüne genau grüner ja da hinten ist noch eine grüne und links noch nicht zwei späer hast du das hier zwei waffen da ist noch eine grüne rechts ist einer noch mal ich mach die andere grüne auf zwei leute ins gas getrieben gerade er wollte dass er es am machen der untere ist schwer verwundet sicher da war der 18er backstep damage mit aber noch mal ein backstep der blinde backstep war da gerade unterwegs ja das war unser schlacht und halte ich was ich wollte was schmeißen und habe waffe gewechselt warum tut er das er sucht noch eine waffe verzweifelt so also ich würde sagen wir holen uns die rote grüne eigentlich wir haben keine rucksäcke bekommen wurde hast du noch einen platz ich nehme jetzt das ist das eine willst du deinen c4 legen nein ja komm der haut ab lass uns die rote wohn fix nur dafür das c4 jetzt dass ich hier habe links von uns ist einer wir haben einen t3 bogen du hast hast noch das bogen drin frisch aufgeladen für dich haben wir schon einen zweiten brauchen wir nicht der 1 wie viel funk hast du 205 305 205 ja okay dann einmal holo ja hast du hunde plus erdruck ich habe 50 nur da oben ist noch eine rote haben wir noch einen stock ach da noch machen wir uns an ja soll ich nicht ne 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 du kannst gleich blau plus plus erdruck machen das denke ich wichtiger hier ist eine tactical markete gottes willen ich kann nicht mehr sprechen ich habe jetzt kein hast hast du menschen die habe ich nicht ich habe noch einmal hier explosive drin hast du noch nie das ist deine lieblingswaffe also ich triff sowieso nichts mit den dingen aber ich lasse das mal mit dem verkaufen achso du rennst auf den zu ich habe keine bodyarm rein der kassiert aber so richtig auch mit dem scheiß wir sollten nicht auf verschiedene gehen der ist fast kaputt locken 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 alter aber mal gut hier machen wir schon knappes smg ist immer noch kein doch hier im rucksack doch doch der hat im rucksack du hast irgendwo deine dein was habe ich deine bandage hast doch hier drin getroppt oder stimmt gute idee ja ok so hätte jetzt gerne eine bodyarm ich überlege gerade ob ich nochmal sparen soll für ein hunderter ich habe nicht die drei waffe hier ist doch einer der ist hier dran warte lass mich oder ist der oben der steht hier direkt vor der tür der kommt rein ja hast du die bodyarmor an? geh mal da weg geh weg geh weg komm zu mir geh um die ecke das hat weh getan bodyarmor ist an ok der eine hatte schon einen backflip von mir wow das hat weh dann ist ein dickdieb geprockt und verjärmt ich habe den anderen ich habe den anderen und du ist medkid ist der die gleich genutzt so brauche ich eine neue bodyarmor hast du raus erstmal ein paar headys gekriegt oder jaja alter also das ist bitter bei der armenbrust ne wenn du wirklich so nah dran bist und nur headshots ne headshots headshots kassierst aber ich glaube ich habe tatsächlich diesmal mit einer mit einem explosive getroffen ja getroffen habe ich boah es ist ey das ist selten ich habe hier noch eine bandage gefunden für dich ohja die würde ich nehmen ah die haben ja lustig ne ist gut reich sogar ich verkaufe hier meine bogen eigentlich die türen die mir offen gelassen hier laufen leute ah ich fand ich das nicht so ich werde jetzt hier meine erde hoch hinten an der ecke sind doch eigentlich immer fester wir sind überall menschen willst du noch einen bogen haben hier ist einer mit 13 schuss ich habe einen äh crafted oder ein wie ein t2 das ist gut ich meine auffüllen ähm nicht verfaschen t4 bogen wo ist er keine ahnung ähm ich brauche es mal ich habe einen menschen ja er ist im haus wo hast du den bogen gedruckt äh noch gar nicht hier er ist im haus ungefähr in der mitte ok fangen kannst du oben drauf 75 das reicht nicht nochmal zum waffen aufladen wieviel leben denn noch zwei einzelne ohne kills also ich kann hier ein bisschen was verkaufen schmeiß mal ein bisschen was rüberkaufen gehen auf Nummer sicher hier liegen so viele Sachen ja man checker man checker wie gesagt er ist hier im haus man checker der sowieso nicht ok zwei bogen es reicht Konrad ich habe genug stefflen stein wo hast du denn das fast gesehen da hinten ach da dann gib mal her sogar noch zwei Schuss drin geil sonst luftschießen so was denn das da ist ein Stuhl da ist ein Stuhl gut oder erst mal verbrennen so bogen hattest du oder hast du einen Bogen ja ich hab den C4 eine Sache muss ich verkaufen hast du die Auswahl ein bisschen was damit ich Pfeile mache die sind so teuer die Pfeile 10 pro Aufladung mhm das stimmt irgendwo hast du einen Man-Tracker ne der Man-Tracker ne der Man-Tracker der ist immer noch der blau ne und wartet auf seinen Hintergrund möchtest du ihn holen ich hab schon alle Perks ich hab auch alle Perks ja er ist draußen auf dem Dach hat sich grad schrank geholt na komm so machen wir den ganzen am Ende er ist genau hier oben drauf oh ich will immer vorschießen ich bin so doof ey nein draußen er versucht sich hier zu verstecken was vorhin schon mal gekommen hat oh er ist drin ne Hunran schnapp ihn dir oh was au ich will jetzt mal nicht sagen aber ich hab auf dich geschossen ja und hab ihn getötet guck mal das medkit weil ich die Schaden gemacht hab lass das haben durch ich werde jetzt die 3 HP aufladen wo mag sich denn der letzte Man-Tracker versteckt sich er hat also verstecken vielleicht schon aber er hat immerhin keinen Silence drin da kommt man nicht rüber oh komm mal ganz viel Olden Shoes hier dreimal Olden Shoes in der Mitte dreimal Olden Shoes in der Mitte was kosten die denn 150 oder 100 warte mal heisst das heisst das nicht mit Olden Shoes ja ja heisst das nicht hatten sie den nicht auf Rackham umbenannt ja und wieder zurück und in den Patchnotstand wir haben ihn wieder umbenannt und wollen nie wieder darüber reden wie wir ihn erlanden na klar als Kommentar lass uns bitte nie wieder über diesen Namen reden ich bin mir nie bewusst aufgefallen, dass sie das zurückgeendet haben ich habe in irgendeiner Folge sogar nochmal gesagt ja ich fand es cool dass der Orange Schuss hieß Rackham ist irgendwie scheiße das Ding ist Kunran ich glaube der flüchtet vor dem Gas er kommt auf uns zu Kunran oh nein der hat eine Bodyarmode mh Mist er ist so ein Exploselfarm wir sollten nicht nebeneinander stehen steht da oben auf der Treppe ja ich kletter hier einen Berg hoch da ist er Kunran nimm deine Gegner gefälligste Alter wie ich ihn nicht treffe ne ja meine lieben Freunde was für ne geile Runde hier wird nochmal gepost er mit der E-Gitarre ich kann Kung Fu wir haben insgesamt 10 Leute geholt wir haben ne ich wollte grad sagen den Rest haben wir die die Kills hatten aber ne zwei Leute die die Kills hatten wurden von anderen getötet HAD was HD schade ach so schade schade Leute wenn es euch gefallen hat einen Daumen da lasst und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin haut rein macht es gut bis dahin ciao